Runway, Taxiway und dann noch Clearway und Stopway. Da kommt man leicht durcheinander. Lass mich dir erklären, was dahinter steckt. Clearway. Dies ist ein definiertes Gebiet am Ende der zur Verfügung stehenden Startstrecke, Toda, das im Falle eines Triebwerkausfalls während des Starts von einem Flugzeug überflogen werden kann. Es ist frei von Hindernissen und bietet den Flugzeugen einen sicheren Bereich, um in die Luft zu gelangen. Stopway. Ein Bereich am Ende der Startbahn, der wie die Startbahn selbst konstruiert ist und darauf ausgelegt ist, dass Flugzeuge darauf bremsen können, falls sie den Start abbrechen müssen. Also, wenn du das nächste Mal auf einem Flughafen bist, schau dir die Enden der Startbahn genauer an. Vielleicht erkennst du ja die Clearway und die Stopway. Hast du schon mal von diesen Begriffen gehört?